So. So. Eieieiei. Ja. Ich sehe in dieser Insta keinen Sinn und Zweck, um ehrlich zu sein. Überhaupt keinen Sinn. Außer, dass hier mal Fässer angestromt sind, wo ich nicht mehr zu viel laufen muss. Aber die hätte man noch weglassen können. Palmen? Kriegst du auch Wedel? Palmen Wedel? Oder sowas? Wie schimpfen? Nee. Dann müssen wir eigentlich... Naja. Gut. Das ist hier Graf Tobia. Ist was anderes eben. Na komm. Geh nach Hause. So. Da würde ich auf jeden Fall noch so eine Platte kraften. Hier. Hier. Ein Stück. Wenn wir immer schon dabei sind. Da. So. geht doch ich dachte schon das geht ja nicht mehr da hinten wird es nur schon lange dorn im auge so jetzt jetzt gefällt mir der abschluss hat irgendwie mit der letzten platte nicht funktioniert ich weiß nicht warum das nicht ging war mir ein bisschen merkwürdig gut wieder drei stück dann wollen wir mal hier wieder machen maximal 22 aber wieder glas gläser wasser okay wo wir haben ja wieder was gesammelt die karen das habe ich jetzt eigentlich nicht so gerne sammeln wollen weil wir können keine andere werke ich dachte wir können zumindest mal auf zitieren machen aber geht nicht 180 wir sollten auf die gold spitzhacke rüber gehen was habe ich nicht reine okay ich habe es ob sie dann jetzt mal hier rein diamant und obsidian haben wir sogar ein barren dafür krass so wir haben irgendwo ein blatt papier gehabt mehr weißer schon eingeräumt ist ja merkwürdig ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert ich hatte doch mal was gesammelt oder habe ich es ja schon eingeräumt gut holz ist kein platz mehr stroh ist aber noch ein bisschen platz das ist kohle was haben wir hier stein haben wir ja nicht okay dann wollen wir mal das noch unterbringen was möglich ist hier dann haben wir das ich gucke ich habe hier noch andere sachen gut das geht alles nicht das geht auch alles nicht gut dann kann man hier den rest reinhauen von dem ich habe drüben kupfer gesehen das ja genau ich bin echt am überlegen wo war etwas drinnen gewesen das vielleicht auch noch dann müssen wir sollten immer doppelt und dreifach wie beide haben wir hätten sie auch schwachsinnig okay jetzt nicht von dem scheiß haben wir schon mal ein bisschen was verstaut ist doch schon mal etwas so nimm mal das auch noch mit rein und der rest ja hier ist ja wieder ein bisschen platz dazu es bleibt mir einfach übrig ich kann es nur noch hier reinhauen gut gut haben wir viel geschafft um ehrlich zu sein haben wir sehr viel geschafft so dann gucken wir mal ich glaube da stürzt gerade wieder was ab da ist was für mich was jetzt gleich runter kommt ja hier kommt mal da rein durch glas wasser pack ich mal vorne rein wie sieht es mit dem platz allgemein jetzt aus waffen können wir verkaufen muss das denn auf mein grundstück alles runterknallen also ehrlich man 520 gut dann kann das schon mal weg 380 kann auch weg durch 345 kann auch weg 3 und 4 kann auch weg 335 kann weg das kann weg das kann weg das auch das auch das auch das auch ah ne kein platz mehr das 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 du bleibst das kann weg ok das kann weg das kann weg das kann weg Vielen Dank.